Atari und High Definition Games Powered by BioWare Sein Name war Geralt von Riva. Er war ein Hexer, ein professioneller Ungeheuertöter. Er bekam einen ungewöhnlichen Auftrag, einen Fluch zu brechen, der auf einer Königstochter lag. Dazu musste er nur die Nacht mit ihr verbringen, von der Abenddämmerung bis zum Mockenkraun. Wäre sie nur keine tödliche Bestie gewesen, keine Striege, der für den Fluch verantwortliche Verräter diente als Köder. Untertitelung des ZDF, 2020 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 The Witcher Damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, einem Story Let's Play Dem ersten etwas größeren auf meinem Kanal Ich habe in der Option schon einiges umgestellt Die Kamera empfinde ich gerade auf 1, weil das geht so ab hier Die Soundoptionen sind sehr leise Könnte man nicht mehr machen, hier steht er auf hoch Und wir fangen ein neues Spiel an Und zwar da, und zwar auf Mittel Und das war mein Handy Ich hoffe das Sound ist jetzt soweit richtig eingestellt Ich hoffe ich bin nicht zu laut Ich hoffe meine Freundin redet nicht so ganz so viel rein Fünf Jahre lang leckten die nördlichen Königreiche nach dem Krieg ihre Wunden Aber ich natürlich auch nicht Die Menschen und Hungersnöte wüteten und unzählige fielen ihnen zum Ob Einige wenige überlebende Elfen und Zwergeneinheiten suchten Zuflucht in den Wäldern Wo sie sich zum letzten verzweifelten Kampf rüsteten Abscheuliche Bestien beherrschten die Wälder, Straßen und einstigen Schlachtfelder In Dörfern und Ortschaften fragten sich die Menschen, was mit den Hexern geschehen war Die Blauen Berge im Norden von Catwin Das Jahr 1270 Fünf Jahre nach dem großen Krieg Die Blauen Berge im Norden von Catwin Wo bin ich? Es ist alles in Ordnung Ich weiß nicht wo ihr gewesen seid Aber entscheidend ist, dass ihr lebt und unter Freunden seid Ihr seht allerdings aus, als wird ihr gerade dem Grab entstehen Danke, das gebe ich gern zurück Ich erinnere mich an nichts Wir können uns später darüber unterhalten Wir nähern uns Kermor hin Sorry Bye 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 Schlag! Ich fiel eine Art Verbundenheit, wenn wir uns unterhalten. Ich weiß, ihr wart wichtig für mich. Gerald, wir. Ich muss nachdenken. Die Zeit vergeht langsam in Kermor hin. Ha! Geschafft! Nicht schlecht. Rot euch aus. Was denkt ihr, Gerald? Ist er bereit für den Pfad? Wartet auf die anderen. Er ist allein. Der Professor gibt uns 50 Ohrens für jede getötete Missgeburt. Er gehört nie. Ich schließe das Tor. Gerald, nehmt euch ein Schwert von den Trainingspuppen. Und der Gerald? Der sind wir. Gegenstände aufheben. Bewegt den Cursor über das Schwert und links, um es zu verwenden. Links auf einen Feind, um ihn angriffen zu lassen. Tipp! Feindliche Charaktere haben Vitalität an Leisten. Freundliche haben Grüne. Also, danke. Neu Quest, das Schwert der Trainingspuppe holen, habe ich geschafft. Das Problem ist, ich verstehe, das Kampfsystem noch nicht so komplett. Ich habe es natürlich eben schon mal angespielt. Denn irgendwie kann man hier zu schnell angreifen und das verstehe ich nicht so ganz. Äh, Schulterkamera-Bewegung. Über die Schulterkamera, nein, im Über-die-Schulter-Kamera-Modus, OTS, bewegt ihr euch mittels der Tasten W, A, S und D. Bewegt die Maus, um die Kamera zu rotieren. Drückt und haltet die Umschalt-Taste, um den Cursor zu entsperren und frei zu bewegen. Danke, Katze, dass du das schon wieder aus dem Regal holst. Tipp! Wechselst du den anderen Kamerobody durch die Tasten F1 oder F2? Danke möchte ich aber gar nicht. So, alles ausgelöscht hier. Katze. Wie geht es euch? Gut. Weiß jemand, wer die Eindringlinge sind? Gewöhnliche Banditen würden Kermorhen niemals angreifen. Das wissen wir, Merigold. Vielleicht könntet ihr eure berühmte Magie zu Hilfe nehmen. Zu gegebener Zeit, Lambert. Genug. Wir müssen die anderen möglichen Durchgänge überprüfen. In den oberen Innenhof. Gut, dann folgen wir dem Wichser nochmal. Ähm. Ich werde eventuell, wenn noch Zeit ist, erzählen, warum ich gerade spiele. Aber ich denke, ich werde die Scheiße cutten. Aber ich erzähle jetzt einfach mal ganz kurz. Ähm. Witcher 3 kommt demnächst raus. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann. Und dazu würde ich auch gerne ein Let's Play machen. Allerdings, äh, habe ich mir gedacht, man sollt... Spielunterbrochen. Okay, äh, man sollt eventuell... Ähm, die vorherigen Sachen verstehen. Und das habe ich mir gedacht, nimm es einfach mal auf. Okay, cool. Deshalb dachte ich mir halt, äh, Witcher 1 hast du schon. Witcher 2 hast du dir gestern gekauft. Du kannst auch mal Witcher 1 aufnehmen. Ähm, die Qualität der Grafik ist nicht so top. Hopp, ja, das ist mir schon klar. Aber das Spiel ist an sich ziemlich schön. Das ist schon relativ alt. Also, relativ alt, naja, geht, ne. Aber... Ich halte jetzt einfach mal die Schnauze und wir machen die Quers noch. Pst, jetzt. Pst. Was geht hier vor? Sie versuchen, durch das Tor zu brechen. Ohne Rambock werden Sie das nicht scheinen. Verdammt! Was ist das? Ein Vorsprunger. Eine grauenhafte Bestie. Zawala, ich kenne ihn. Ein Magier, ebenso ehrgeizig wie wahnsinnig. Sie kommen hier rauf. Macht euch bereit. Da sind noch mehr. Sie drängen in den oberen Innenhof ein. Der mit der Brille ist der Professor. Ein Auftragsmörder. Ich spüre Magie. Sie haben einen Zauberer bei sich. Professor, ihr kennt den Weg. Vereilung. Der Professor wird in Redanien, Temerien und Catven gesucht. Er ist ein echtes Schwein. Den Zauberer kenne ich nicht. Merigold, ich interessiere mich mehr dafür, ob ihr Zawala unschädlich machen könnt. Der Rest ist Hexerarbeit. Ich versuch's. Sie kommen. Der Furchtbringer ist sehr gefährlich, aber empfindlich für laute Geräusche. Die Glocken im oberen Innenhof. Genau. Eskel, Lambert, ihr helft mir, den Furchtbringer und die Banditen aufzuhalten. Leo, ihr bleibt hinter uns. Geralt, ihr öffnet das Tor zum oberen Innenhof. Wenn wir da sind, kann Triss Savola und sein Schoßtierchen aufhalten, während wir uns um den Professor und den unbekannten Magier kümmern. Ich lass mir was einfallen. Los, wir versuchen es. Lasst sie hier ein wenig bluten, ehe wir uns zurückziehen. Geralt, folgt der Mauer und brecht zum Turm durch. Da gibt es einen Durchgang zum oberen Innenhof. Allein? Es sind nur Banditen, auch wenn einer möglicherweise berüchtigt ist. Ihr müsst das Tor öffnen. Wir warten. Viel Glück, Wolf. Danke, Meister. Oh, what the fuck? Karte, verfolgt die Mini-Kartenmarkierungen, um ein Questziel zu finden. Tipp links auf das Kartensymbol oder drückt die M-Taste, um die Karte eures gegenwärtigen Aufenthaltsortes zu sehen. Mensch, kennt man ja gar nicht. Angriffe verketten, tue ich schon zum Glück nicht die ganze Zeit mit diesem Schwert. Verkettet eure Angriffe, um Feinde effektiv zu töten. Links nur dann klicken. Nein, linksklicken, nur dann, wenn der Cursor sich in ein flammendes Schwert verwandelt. Tipp, das Verketten von Angriffen erfordert eine präzise zeitliche Abstimmung. Ein zu frühes Klicken wird zum Abbruch des Angriffs führen, während ein verspätetes Klicken die Sequenz neu startet. Warum Sequenz? Neustart. Was machst du da? Kannst du die Katze mal da wegholen? Danke. Sorry, aber da haben die Katzen gerade ein bisschen genervt. Weil ich zwischendurch... Ja, fuck, jetzt habe ich zu schnell geklickt. Weil ich zwischendurch in Sequenzen stecke. Ne, kannst du zumachen. Sorry, dass ich so ein bisschen aus der Kustor hier rausspringe, aber... Da wollten die Katzen gerade pflicht. Was machst du denn, Geralt? Du musst nicht so hüpfen. Legt euch in die Hand und ihr sterbt. Ihr habt euren Gegner gerade betäubt. Links klickt auf ihn, um ihn zu erledigen. Tipp, Angriffe können... Kritische Effekte wie Leben, Bluten und Schmerzen verursachen. Schatz, bitte setzt mir die Katzen nicht auf den Kopf. Ach, schön mit dem Schwert in der Hand gekillt. Das sieht irgendwie ungesund aus, was du da mit deiner Schulter machst, Junge. Kannst du das bitte lassen, Geralt? Ja, bis genau hierhin habe ich gespielt und keinen Millimeter weiter. Das Spiel läuft mit 99 FPS flüssig. Äh, die Katzen sind mit 1400 FPS. Von daher dürfte alles flüssig laufen. Oh, hör auf hier rum zu sprengen. Mann! Hab kein Krebs! So, jetzt wollen wir den abschlachten. Ah, schade, das war jetzt zu schnell. Jo, gut. Salamander-Arbeiter. Ne, Salamander-Bandit. Entschuldigung. Legt euch mit dir an und ihr sterbt. Ah, das hab ich... Ah, sorry. Gibt scheinbar auch ganz coole Kill-Moves hier. Wie in Assassin's Creed. Nice zugerichtet. Das ist, soweit ich weiß, die unkatzte Version vom Spiel, die es gibt. Wenn nicht, ähm... Dann Kopf... Oh, ich hab ihn in den Kopf... Geschlagen. Okay. Schade, das hab ich nicht gesehen. Ähm, wir sollen hier irgendwo hin. Ich lass mal den da töten. Benutze den schnellen Kampfstil, um agile Gegner zu bekämpfen. Wechsel den Stil durch linksklick... ...auf das Katzen-Symbol, oder in dem du X drückst. Nehmt das! Okay, das gefällt mir sehr gut. Ähm, schneller Modus ist besser. Ich schätze mal, im anderen Modus machen wir mehr Schaden. Benutze den starken Kampfstil, um größere gepanzerte Gegner zu bezwingen. Wechselt den Stil durch linksklick auf das Wolf-Symbol, oder in dem du Y drückst. Ähm, Y... Geil, die Macht haben wir denn! Achso, so kann man dann auch hier draufklicken. Waffe wegstecken, starker Angriff, schnell lag Angriff. Oh, so schwer. Scheiße, ich will die Waffe aus dem Intro wieder... Naja, laufen wir erstmal über den Weg, ne? Aktive Pause. Drückt die Leertaste, um den Pause-Modus zu aktivieren. Tipp! Verwendet die aktive Pause, um zwischen den Kampfstilen zu wechseln. Dankeschön. Ähm, machen wir nochmal das. Und dann auf den hier. Also ich schätze mal, ich werde meistens den starken Angriff benutzen. Wenn er einfach so viel besser ist. Äh... Oh, scheiße, die schießen mit Pfeilen auf uns. Ähm, einen Bogen haben wir nicht, soweit ich weiß. Aber ich guck mich grad schon mal um. Hier auch keine Ahnung, kann man einen Feinde looten? Der ist jetzt eben nach unten gefallen. Hab ich nämlich auch noch nie versucht, um ehrlich zu sein. Kann man hier runterjumpen? Nein, natürlich nicht. Cut ziehen. Hier geht's nicht weiter. Mir nach. Zurück zu Savola. Oh, Mensch. Das kommt ja erschreckend, dass es da nicht weitergeht, wa? Äh, das ist ein starker. Ich lass euch fliegen. Gut. Das war ein schneller, äh, ein starker Angriff. Oh, da müssen wir nochmal Bogen schützen. Ein bisschen Angst vor. Okay, hier ist aber auch gar nichts. Nehmt das. So, dann schnacken wir uns nochmal Laster und dann kämpfen wir den nochmal. Legt euch mit mir an und ihr sterbt. Das hab ich noch nicht gesehen. Und tschüss. Gut, dann müssen wir hier auf Katze schnell und dann... Barmjongel, komm nochmal hier. Also ich muss sagen, ähm... Das gefällt mir alles bisher sehr gut vom Kampfstil her. Freddy meint, der Kampfstil ist sehr komisch. Er ist anders, aber nicht schlecht, würde ich sagen. Und bevor wir hier zu lange den Part haben, beende ich ihn an dieser Stelle und drücke noch den Belagungskessel. Ich kann diesen Kessel nicht bewegen. Er ist zu schwer. Vielleicht könnte ich ein bisschen Magie darauf einwirken lassen. Ähm, ich hab keine Ahnung, wie Magie funktioniert. Tagebuch, Karte, System. Okay, ich kann scheinbar bisher keine Ahnung machen. Okay. Äh, na gut, dann hoffe ich euch hat der Part gefallen. Mal gucken, wie er bei euch ankommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.